Es war ein Geschenk, ein Geschenk, die so reichen Zeit des 1. FC Köln, dass man noch Meistertitel gewonnen hat. Können Sie mal hinter dem Grundsatz weg zur Seite gehen? Besonders bestimmt, das war der Heinz Blohl und der Stubikapitän, also der Mann hat möglich gespielt. Der Jörn und Messi hat die deutsche Relle getaubt, hat das überragend, weil das ist eigentlich noch nicht über die Untertreben. Aber einfach mal reinschauen, dann lernt man sich überlegt.